Was liegt denn an? Dave, du musst Dennis helfen. Ach scheiße, ey. Ach scheiße, das schaffe ich ja nicht mehr. Oh! Dann machen wir das jetzt anders. Du holst jetzt zumindest die Orden. Einen kannst du einsammeln und dann fliegst du noch zum nächsten Punkt. Nur hier so. Da müsste der Nächste landen. Ah, ich wollte noch tarnen. Ich wollte mich gerade noch tarnen. Wenn er jetzt nach Dennis geht, ist der Krieg eh vorbei. Oh 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 oh. Scheiße. Scheiße. Wir müssen neu starten. Das überlebt Dennis nicht. Vorsicht, da hinten. Ach du Scheiße. Du bist mir ja ein Stratege, ey. Jetzt gibt's auf der Oma. Ne. Jetzt gibt's eine neue Mission. Okay Leute, ihr seht. Es wird tricky. Es wird schwieriger. Und wir müssen neu starten. Verdammt. Einmal ist Alex gestorben. Einmal ist Dennis gestorben. Eieiei. Aber jetzt weiß ich ja, dass sich in unserer Mitte ein Held befindet. Also gehen wir ganz anders an die Sache ran. So. Ring frei. Ring frei. Du stellst dich mal dicht an das Geschütz. Nicht ganz ins Geschütz, aber so hier daneben. Und nimmst du mal das Ding. Und ballerst das schön drauf. Das reinste Elfmeterschießen. Genau. Au. Das wollte ich nicht. Ach so, der geht dann ins Geschütz rein. Ah, so war das. Deswegen hat er es vorhin nicht gemacht. Hm. Also war die Idee mit aufs Geschützstelle doch gar nicht so verkehrt. Ah, das mache ich beim nächsten Mal, wenn ich wieder dran sein sollte. Oder wenn wir das nicht schaffen sollten, so. Das ist für euch, ihr Rüden-Eber. Boah, passiert. Was liegt denn an? So, du gehst mal auf die andere Ecke hier. Alle ein bisschen verteilen. So, und dann musst du da auch nochmal mit rauf. Nützt alles nichts. So. Halt ich das so richtig? Und der hält. Ah, sehr schön. Der darf seinen Luftschlag auf jeden Fall nicht ausführen. Na, war ein Problem. Was hast du denn? Der geht jetzt schon raus aus seinem Unterstand. Dann könnten wir da eigentlich wieder reingehen gleich. In das Geschütz. Unterstand, ja. Unterstand ist bei uns im Bunker, wo der Held drin ist. Da war. Der ist ja kaputt. Der Unterstand, nicht der Held. Ich rede aber auch einen wirren Kram. Von der Breitseite, Captain. Das war der Held. Dann mal voran, mein Kind. Wo ist denn der böse Held? Da. Okay, dann schieße ich dich über in die Richtung. Und tschüss. Pack dir eine Granate ein. Wladimir ist tot. Eis kalt erwischt. Na, gib ich. Ich bin so stolz auf dich, dass ich dir einen dicken, fetten Orden abwerfe. Nicht verbummeln. Keine Sorge. Gut so. Den Rest schaffst du auch noch. Ah. Okay. Dann also noch die Geschütze. Für die Brüder im Geiste. Au, au, au. Ja, nee. Ist klar. Dennis, du weißt ja, ne? Letztes Mal hast du es schon hingekriegt. Diesmal machst du es noch. Nee. Diesmal schnappst du dir aber den anderen. Beziehungsweise du bist ja letztes Mal vor die Füße des anderen Geschützes gesprungen. Füße, ja. Aber jetzt schnappst du dir dieses Geschütz. Vielleicht kannst du dir einen Typ ja noch abballern. Den hier vor dir. Nimm das nochmal. Das schießt ja nicht so weit anscheinend. So. Oh, ich mach' ich lang. Ah, okay. Ein bisschen. Ein bisschen. Und noch einer hinterher. Solange die noch über 100 haben, ist ja gut. Was liegt an? Du hast auch noch über 100. Ähm, du gehst schon mal in Stellung. Und zwar da. Reicht schon. Und schnappst dir schon mal den ersten Orden. Oh Gott. Oh, das ist knapp. Ein Jetpack. Okay. Äh. Baller ruhig schon mal auf das andere Geschütz. Lebt er noch? Oh. Alter Schwede Lars. Geil. Absolut geil. Der Schuss mal wieder. So, es steht auch keiner jetzt wirklich gefährlich, bis auf der da bei den Orden da oben. Der ist ein bisschen ungeschützt. Ah. Ja, okay. Das ist ja gut. Das möchte ich ja, dass ihr den abknallt. Volle Kraft auf die Fäser. Äh. Ha, 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 ha. Geil. Geil. Und das ist der Anpfiff. Das ist der Anpfiff. Da oben ist ja noch einer drinnen, fällt mir grad ein. Ach, jetzt hab ich ja noch einen Luftschlag. Ähm. Warte mal. Den da oben verwirren. Da drauf stellen. Und jetzt nehmen wir noch einen Luftschlag. Machen wir doch den Typen nicht tot. Ne, auf das Geschütz. Auf das Geschütz. Das ist, glaub ich, besser. Okay. Ja, das ist gut. Ja, schießt euch gegenseitig ab. Das ist eine gute Idee. Das ist wahr. Äh, Jörg? Und du hast noch über 100. Also eigentlich brauche ich... Ist das komisch. Ihr werdet dauernd hier irgendwie abgeballert, aber irgendwie haben alle noch richtig gut Energie. So, versuchen wir das jetzt, den Rest hier kaputt zu machen. Ich bin so stolz auf dich, dass ich dir einen dicken, fetten Orden abwerfe. Nicht verbummeln. Stand ich noch nicht perfekt. Der ist gar nicht da gelandet. Äh, ja. Der ist da gelandet. Ach, guck mal an. Das wusste ich ja gar nicht mehr. Sehr schön. Wie viel Energie hast du denn noch? 124. Reicht eigentlich auch. Äh, schnappst dir doch mal eben den da. Dann können wir eigentlich den Trollo da hinten bei dem Geschütz abballern. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Versuchen wir einfach mal. Ich sag mal, Kleinigkeit. Alter Rick! Ich glaub's ja nicht. Der ist tot. Geringe Schäden gibt ihn. Weiter so. Die Schwächlinge können einpacken. Es läuft gerade wieder gut. Das ist Wahnsinn. So, schieß auf das Geschütz. Das wäre perfekt. Ja, sehr gut. Na komm, nee, schieß aufs Geschütz. Das muss nämlich noch kaputt gemacht werden, damit wir den dritten Orden einsammeln. Komm, komm schon, komm schon. Du willst es doch auch. Du willst doch auch, dass das Geschütz kaputt geht. Na? Ja, genau. Sehr gut. Und wer kriegt wieder die Arschkarte? Das hat ja noch ganz gut Energie. Ähm, ja, wir schießen mal auf den, ne? Was haben wir denn schon? Jetzt nehmen wir diese Brandgranate nochmal hier. So. Ey, Ratzfatz ist die Fresse dick, ne? Ja, doch. Getroffen habe ich ihn so ein bisschen. Tarn dich ruhig wieder. Das könnte Bummen machen. Im Auftrag Ihrer Majestät, äh, der Partei. Was geht? Das Geschütz muss weg. Ich helfe mal ein bisschen nach. Hey, vollgezäck. Genau, Lars. So, jetzt macht das Geschütz kaputt, damit der letzte Orden daraus purzelt. Dann haben wir's. Dann haben wir's. Dann haben wir's geschafft. Das reicht noch nicht ganz. Schade. Ich möchte ihn hier eigentlich noch nicht töten. Ich könnte ja eigentlich selbst da reingehen. Gehen wir mal rein. Kann ich den treffen? Ich versuch's mal. Ich kann gar nicht anvisieren, irgendwie. Achso, doch. Ich bin doch blöd. In die Tiefe des Raums. Ach, nicht ins Minenfeld. Schade. Ja, jetzt bist du draußen. Du bist so doof. Schießen? Sofort, Genosse. Was liegt denn an? Joa, was liegt an? Komm, hol dir noch die Kiste da. Ja, ist ein bisschen Verschwendung gerade, ne? Aber gut. Ähm. Das Geschütz muss immer noch kaputt, ne? Machen wir das ruhig so. Ähm. Wenn er mit drauf geht, ist okay. Ansonsten Pech. Hä? Ja, versuchen kann ich's ja mal. Das war unlogisch, was ich erzählt hab. Aber wir müssen ja beides kaputt machen. Okay, jetzt ist er tot. Schade eigentlich. Ne, er ist nicht tot. Komm, mach noch einen Schuss auf das Geschütz. Dann haben wir den letzten Ort. Oder schnapp dir, genau. Schnapp dir erstmal die Waffe. Das dürfte nochmal eine Suchrakete sein. Das sind sogar zwei, sehe ich gerade. Warum auch immer. Und, äh, dann haben wir's. Dann haben wir's. Raketenwerfer. Okay, damit ist das Ding auf jeden Fall kaputt. Ich verabscheue Waffen. Ein kleines Zeichen meiner Anerkennung. Gute Soldaten verdienen eine Belohnung. Dann mal voran, mein Kind. Hat er denn nicht eingesammelt? Wo steht denn der Orden? Ähm. Ich bin grad etwas überfragt. Hat er denn jetzt... Da ist kein Orden. Äh. Ich seh' keinen Orden. Gut, dann machen wir den hier hinter kaputt. Versuchen wir zumindest. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Der steht ja hinter der Tür. Ja, hat geklappt. Und die Tür ist auf. Jetzt kann's reinkommen. Doch, der Orden ist doch angezeigt. Ach, jetzt weiß ich, wo der ist. Alles klar. Jetzt weiß ich, wo der ist. Alles gut. Dann haben wir's ja gleich. Ja, du böser Feind. Du böser Feind. Oh. So böse Wörter. Ja, nee. Ist klar. Wo bist du denn jetzt hier? Äh, du hast keinen Jetpack mehr, ne? Aber du könntest den da töten. Du könntest den hier töten. Was hast du denn? Was haben wir hier für eine schöne Waffe? Super-Kater. Nö, das ist irgendwie... Ähm. Ach komm, wir machen's ganz stylisch mit einer Clustergranate. Mal gucken. Sollte reichen, ja doch. Jo, dann mal salopp zur Sache, ne? Ja, wieder nicht gut getroffen. Ich reise ins Nichts. So, einen haben wir noch. Ausgezeichnet! Wir werden Ihnen die Ringelschwänze gerade ziehen! Jo. So, den machen wir noch kalt. Nachdem wir den Orden eingesammelt haben. Ich hoffe, der bringt sich jetzt nicht auf irgendeine blöde Art selbst um. Gut. Alles gut. Ich tue nur meine Arbeit! Wir brauchen jetzt irgendjemanden, der in der Lage ist, den Orden einzusammeln. Was liegt an? Lars hat einen Jetpack. Genau. Schaffen wir das mit dir. Äh, komm. In die Richtung musst du. Und da haben wir ihn doch schon fast gesehen. Ah! Das ist zu weit! Du musst... Komm! Flieg rüber, flieg rüber, flieg rüber, flieg rüber! Ja, ja, ja! Und nicht runterrutschen! Sehr gut! Gut gemacht, Lars. Hier müsste der Orden sein. Da ist er. Noch ein Jetpack. Brauchen wir aber nicht. Ach komm, wir machen das jetzt so. Schaffen wir schon. Oh, das gibt die volle Dröhnung! Ob das passt? Ne. Ne, ne, ne. Okay, dann müssen wir ihn jetzt aber gleich killen. Den Penner. Und ich überlege gerade auch. Ein Level versuchen wir dann noch. Ein Level machen wir noch. Es ist meine Pflicht und Frage. Dave muss ganz schön leiden hier. Was? Nein! Und das ist der Anpfiff. Verdammte Kacke. Das wusste ich nicht. Ah, okay. So, du Penner. Jetzt verzieh dich hier von unserem Grundstück. Ich bin euer Angstgegner. Hau ab! Bravo! Gegen dich und deine Jungs haben sie keine Schnitte. Jetzt dürfen wir noch zwei Leute töten. So ein Scheiß. Oh, oh, oh. Das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Nein! Und ich glaube, das ist ein Luftschlag. Nein! Bitte nicht. Bitte nicht. Na, dreimal! Was tut der? Wir müssen den Schleunigst töten. Aber Dave braucht... Ne, das ist... Keine... Keine Ahnung. Der hat drei Luftschlag eingesammelt. Und, äh... Das hat der, glaube ich, im Original-Let's-Play auch gemacht. Kann das sein? Das kam mir gerade total bekannt vor. Der hat den Luftschlag eingesammelt. War anscheinend so überfordert mit diesem riesen Geschenk. Und dann, äh, ja. Bringt er sich halt um. Verdammt, verdammt, verdammt. Oh nein! Oh Gott, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass doch so gute Gegner kommen. Dann wird das vielleicht doch die letzte Aufnahme. Nein, nicht ins Mienfeld. Oh, Lars! Das könnte ein historischer Sieg werden. Lars ist tot. Verdammte Kacke. Lars ist gestorben. Okay, das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Verdammte Scheiße! Äh, da habe ich... Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich gerade an meinem Headset gerisst. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Lars ist gestorben. Nein! Ah! Ring frei! Ja. Ach so. Ach, scheiße. Ich weiß ja, was ich machen würde. Verdammt, verdammt, verdammt. Das schaffe zeitlich jetzt nicht mehr. Das schaffen wir noch. Dreh dich. Und da hin. Okay. Das reinste Elfmeterschießen. Boah. Das ist schon eine harte Mission irgendwie. Weil das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Da kommen noch zwei Kampfkalender. Ja, wenn man so überlegt. Es sind ja eigentlich auch nur drei Schweine hier, ne? War ja irgendwie klar, dass da noch was kommen muss. Verdammt! Ah, Alex. Das hat bei dem Ablenken nicht ganz funktioniert. Hätte ich wohl doch drauf fliegen sollen. Ach, Mann. Verdammte Kacke. Es läuft alles schief. Bitte stehen Sie einen Moment still. Was? Beide? Was liegt denn an? Unglaublich. Äh, ja. Es liegt eine Ansage da. Also erstmal den Helden massakrieren. So. Volle Kanne. Halt dich das so richtig? So. Den haben wir gleich. Dann muss einer aus dem Geschütz rauskommen. Den ballern wir dann. Also da setzen wir uns dann wieder rein. Ja, genau. Das ist schon mal eine gute Idee. Da sich reinzusetzen. Weil dann sind die ja alle ein bisschen abgelenkt. Und fixieren. Fixieren. Fixieren sich dann auf das Geschütz. Sucherkäte. Das ist schon mal ein bisschen abgelenkt. Das ist schon mal ein bisschen abgelenkt.